Wir kümmern uns um Krankheiten, die von Tieren auf den Menschen übertragbar sind. Gesundheit ist eine globale Frage. Vom Norden zum Süden, vom Osten zum Westen. Um in der heutigen Welt mit immer neu auftauchenden Krankheiten fertig zu werden, ist Zusammenarbeit im Gesundheitswesen entscheidend. Ob bei der Feststellung des Erscheinens neuer Krankheitserreger, dem Einsatz innovativer Nachweismethoden oder der Untersuchung von Krankheitsausbrüchen. Tierärzte kümmern sich darum. An vorderster Front in Wissenschaft und Forschung sind auch Tierärzte im Einsatz. Sie arbeiten in einer gesunden Zukunft und kümmern sich. Tierärzte sind mehr als nur Ärzte für Tiere. In der tierärztlichen Praxis, auf dem Bauernhof, im öffentlichen Dienst, entlang der Lebensmittelkette. Tierärzte tragen zum Schutz der Gesundheit des Menschen bei. Wo immer sie sind, Tierärzte sind Teil ihres täglichen Lebens. Tierärzte